Ein guter Punkt, den du jetzt gesagt hast, den müssen wir, glaube ich, nochmal herausheben, weil ich glaube, das ist im Kern das größte Problem von Neujahrsvorsätzen, nämlich, wie du es jetzt gesagt hast, dass du ja über die alten Tage drüber blätterst und oft das mitnimmst in die Reflexion für, was du dann weiter planst und das mache ich genauso. Also blätter auch immer wieder über die letzten Monate irgendwie auch mal irgendwie den April oder den Mai irgendwie durchgeblättert und geschaut, was dort so passiert ist. Und das bringt einen natürlich einen ganz anderen Prozess auch für die zukünftigen Aktivitäten oder Handlungen oder wie auch immer man das sagen möchte. Und ich finde das eigentlich relativ interessant, weil das ist dann im Kern, dass ja dieses methodische Problem so ein bisschen der Neujahrsvorsätze, weil man oft wird das so verkauft, dass naja, du planst halt einfach, was du jetzt neu machen möchtest, dann eben in den nächsten zwölf Monaten. Was aber, also wie du es am Anfang auch gesagt hast, ja, es ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes dabei, etwas über einen längeren Zeitraum etwas vorzuplanen, aber das Allerwichtigste ist ja, dass ich die Planung nur machen kann, wenn ich weiß, in welchem Kontext dieser Planung passieren sollte. Also ich kann jetzt schwer oder sagen wir so, nur dann wird es greifbar. Also nehmen wir sowas wie Ernährung oder Sport her, es sind, dass ich auch irgendwie, ich sage jetzt, mehr Ziele, die ich dann genauso habe und wie du jetzt erwähnt hast, hast du auch immer wieder drüber geschrieben in deinem Tagebuch, dann kann man das ja dann hernehmen und sagen, ja, ich möchte, weiß nicht, so und so viele Kilometer machen auf meinem Rad nächstes Jahr, okay. Aber das verliert halt sehr schnell an Halt, wenn ich nicht weiß, okay, wie viel habe ich letztes Jahr geschafft, an welchen Markern habe ich gemessen, wann ich mehr geschafft habe und wann ich weniger geschafft habe. Habe ich das nur gemacht, weil irgendwie das Wetter schön war und nicht irgendwie regelmäßig, sondern klassischer Schönwetterfahrer irgendwie war? Oder habe ich tatsächlich irgendeinen Habit oder so reingebracht und mir das irgendwie vorgenommen? Und ich glaube, das muss man, vor allem jetzt, wie du am Ende natürlich das beruflich erwähnt hast, ich glaube, das ist ja auch ein wesentlicher Punkt, den man im Blick behalten muss, es muss halt den richtigen Kontext behalten. Also ich kann auch beruflich nicht einfach weiter planen, wenn ich nicht mal weiß, womit ich unglücklich bin oder welche Dinge mich stören in meinem jetzigen Team.